Welpappe ist ein Zellstoffprodukt, welches sehr leicht und dabei relativ stabil ist. Es wird in einem komplexen industriellen Verfahren hergestellt. Einfach gesagt wird dabei mindestens eine glatte und eine gewählte Papierbahn aufeinander geklebt. Es können auch bis zu sieben Bahnen eingesetzt werden. 1856 beginnt die Geschichte der Wellpappe in England. Erst 1874 reichte der Amerikaner Oliver Long das Patent für die einseitig geklebte Wellpappe ein. Frank O'Gheary, Möbel aus Karton Zweimal während seiner langjährigen, erfolgreichen Karriere hat sich der Architekt Frank O'Gheary intensiv mit dem Entwurf von Möbeln aus Karton beschäftigt. In den Jahren 1969 bis 1973 entwickelte er eine unter dem Namen Easy Edges bekannt gewordene, umfangreiche Kollektion von Sitzmöbeln und Tischen. Die formale und funktionale Qualität von Gheary's Kartonmöbeln manifestiert sich heute vor allem in ihrer Zeit Beständigkeit, Gheary's Kartonmöbeln Um der Faszination auf den Grund zu gehen. Tschüss. Gheary's Kartonmöbeln Rodrigue author Philippe Louise Hier sind 729 Kino Ich wjudах Magr flashlight Kino Musik Musik Musik